Dank dem grössten Schnittblumen- und Topfpflanzenangebot der Schweiz ist die Zürcher Blumenbörse der erste Ansprechpartner für Floristen, Gartenzentren und Gärtnereien. Mit dem Angebot, sagt der Geschäftsführer Beat Hommann, bietet der Abholmarkt und Fachhandel alles aus einer Hand. Wir bieten ein Vollsortiment an, in Schnittblumen, in Pflanzen, in Zubehör, mit dem Ziel, der Kunst soll alles bei uns einkaufen können. Die Kunden profitieren vom einzigartigen Wettbewerb von 14 Mitbewerbern aus der grünen Branche. Sie messen sich täglich im direkten Vergleich um frische Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen. So entsteht ein fast unüberschaubares Farbenmeer an Blüten und Pflanzen. Für so viel Flower Power ist man auf digitale Unterstützung angewiesen. Es wäre fast nicht machbar ohne eine gute Unterstützung. Wir haben ja sechs Abteilungen in der Firma, wir haben 2500 Kunden und wir haben über eine Million Artikel. Und das kann man nicht managen, wenn man nicht eine gute Unterstützung hat aus dem IT-Bereich. Eine zentrale Rolle im täglichen Geschäft spielt die Barcode. Mit ihnen werden alle Artikel identifiziert und die Abläufe gesteuert. Möglich macht das ERP-System von OPAK. Eine Zusammenarbeit, die sich bewährt hat. Wir arbeiten seit langen Jahren mit OPAK zusammen. Wir haben früher noch mit Insight gearbeitet, sind auf OPAK und haben die ganzen Entwicklungen mitgemacht. Die Firma hat sich entwickelt, OPAK natürlich auch. Alles aus einer Hand, alles unter einem Dach. Das Geschäft blüht bei der Zürcher Blumenbörse. Nicht zuletzt dank moderner IT. So erfolgt die Identifikation der Kunden über ihre persönliche Karte, die mit dem entsprechenden Konto verbunden ist. Und der zentrale Artikelstamm sorgt für eine schnelle Zahlungsabwicklung bei den Einkäufen. Die Zürcher Blumenbörse ist erfolgreich auf Wachstumskurs und läuft dank OPAK ERP zuverlässig im grünen Bereich.